Dr. Zira, ja, es tut mir so leid. Wir waren davon begeistert, den Virus studieren zu können. Die großzügige Bezahlung des GRE war natürlich auch nicht übel. Übrigens läuft die Einrichtung mit Notstrom, nur die wichtigsten Systeme sind aktiv. Für mein letztes Experiment benötigte ich sehr viel Energie, was zur Überhitzung der Generate... Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass ich so vor mich hinquassle. Es ist eine ganze Weile her, dass ich die Chance hatte, mich mit einer Person direkt unterhalten zu können. Ich habe noch nicht die Chance, dass ich die Chance habe. Oh, um die Tür zum Hauptflur kann nur manuell geöffnet werden. Der Schalter ist sehr wahrscheinlich in der Sicherheitszentrale zu finden. Unterwegs. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020